Moin und herzlich willkommen zur 1059 in Rohstoff, Tagesausgabe der Formationsdata am Sonntag, dem 11. Oktober 2015 und Freunde, Sportnachricht des Tages kommt heute aus den USA, wo das US-amerikanische Männerfußball-Nationalteam unter der Leitung von Jürgen Klinsmann das Playoffspiel zur Qualifikation für den Confed Cup. Das muss 2017 sein und wird wahrscheinlich auch in Russland sein. 3 zu 2 gegen Mexiko in Verlängerung verloren hat. Die Mexikaner sind zweimal in Führung gegangen. Das Team aus den USA hat zweimal ausgeglichen, einmal sogar in der Verlängerung noch den Ausgleich geschafft, aber dann in der 118. Minute der entscheidende Treffer und damit ist Mexiko für den Confed Cup qualifiziert und nicht die USA. Jetzt fragen sie sich, warum ist das eigentlich die Sportnachricht des Tages, weil Jürgen Klinsmann in den USA so langsam unter Druck gerät. Sein ehemaliger Spieler Jason Donovan, der ja in Amerika sehr anerkannt ist, hatte gefordert, dass falls Jürgen Klinsmann das Spiel verliert, dass er dann eigentlich gefeuert werden müsste. Jürgen Klinsmann hat ja schon beim Gold Cup, das ist das Turnier des Verbandes von CONCACAF, hat er im Halbfinale sehr überraschend gegen Jamaika schon verloren, der hat zuletzt gegen Brasilien 4 zu 1 verloren und er kommt langsam unter Druck, wenn man sich die amerikanischen Sportzeitungen online anguckt. Dann schreiben die meisten, es ist zu früh Jürgen Klinsmann zu feuern, zumal er ja auch eine gute WM gespielt hat. Allerdings wird er mittlerweile kontrovers diskutiert. Es bleibt abzuwarten, ob Jürgen Klinsmann seinen Job in den USA behalten kann oder nicht und damit der Blick auf die nicht so ganz aussagekräftige Rohstoffliste, denn wir haben Sonntag, da springen die Werte auf 0%. Einzig der Spotmarkt wird noch richtig angezeigt. Das hier sind ja Future-Märkte und das ist der Spotmarkt. Da sehen wir Gold hat plus 1,3% gemacht, Silber plus 0,3%, Platin war stark und ansonsten habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verklickt. Verzeihen Sie bitte vielmals. Ansonsten war wenig Veränderung bei den Rohstoffmärkten. Die Aussage, die wir bei unserer letzten Rohstofftagesausgabe und auch bei der vorletzten Rohstofftagesausgabe gemacht hatten, war, dass der Goldpreis eine trendbegrenzende Linie bullisch aufgelöst hat und deswegen eine bullische Fortsetzung oberhalb dieser Trendlinie wahrscheinlicher erscheint. Auch nachdem hier die 100-Tage-Linie, die hier Widerstand war, hier Widerstand war, hier Widerstand war, ebenfalls mit bullisch aufgelöst worden war und dann auch verteidigt werden konnte, hatten wir gesagt eine Fortsetzung. Hier in Richtung 65, möglicherweise in Richtung der 200-Tage-Linie erscheint wahrscheinlicher. Man muss sich aber bitte darüber im Klaren sein. Horizontaler Widerstand, alte trendunterstützende Linie, bärisch aufgelöst worden, zuletzt wieder mit 6% abverkauft worden, ebenfalls als potenzieller Widerstand. Dazu die 200-Tage-Linie und deswegen war das nach meinem Dafürhalten nicht eine Zone, wo man als Swing- oder Positionstrater hier reingehen konnte, sondern das galt es eher über die kleinere Zeiteinheit zu traden. Wenn man das traden wollte, mit dem Wissen, dass man eher schneller seinen Stop-Loss anpassen muss, vielleicht einen Teilgewinn realisieren muss und dann gucken muss, ob der jetzt hier durchgeht oder nicht. Nach unserem Dafürhalten war ja die Zone hier 1110 bis 1100 eine sehr entscheidende Zone mit höheren Tiefs, was wir hier generiert hatten und einer horizontalen Unterstützung, zuletzt auch Volumen hier und deswegen hier eher interessant gewesen, um einen Einstieg zu suchen mit dem gleichen Prinzip des Ausstiegs, nur dass man hier natürlich einen größeren Buchgewinn verbuchen konnte. Das ist eine kleine Tautologie. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wenn wir uns hier den Wochenchart anschauen, Folgendes fällt mir auf. Wir sind immer noch hier in einer bullischen Keilformation. Die haben wir bärisch aufgelöst, wir sind aber wieder reingekommen. Wir haben die 20-Wochen-Linie hinter uns gelassen. Das ist im Bereich der 1144 fällt gerade. Könnte 1140 werden. Merken wir uns. Auf der anderen Seite haben wir hier diese horizontale Zone. Das war Unterstützung, Unterstützung, weggebrochen, Widerstand. Sie sehen, auf Wochenschlusskussbasis ist die 1160 schon eine wichtige Marke, die auch längere Zeit Unterstützung geboten hat. Bedeutet, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen auf den Tageschart, mit dieser gebrochenen Trendlinie, mit dieser steigenden 20-Tagen, die zwar aktuell bei 32 ist, aber eher weitergehen wird, haben wir hier im Bereich um die 40 bis 35 uns eine wichtige Unterstützung geschaffen. Auf der anderen Seite haben wir einen richtig großen Widerstand vor der Brust. Jetzt kann ich mich festlegen und sagen, also Leute, ist doch klar, das ist so eine wichtige Linie gewesen. Jetzt kommt er dahin, es gibt keinen Trend, der wird scheitern, der wird zurückkommen. Oder ich kann sagen, nein, der geht doch ganz sicher durch, der macht die 1200 oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Hier sehe ich gerade wichtigere Widerstände vor der Brust für die Bullen. Eher kleinere Unterstützungen im Vergleich dazu, was sich die Bullen aufgebaut haben. Alles ohne Trend und zuletzt aber eher Bullen, wie die Ami so schön sagen, in charge. Also die haben eher momentan die Kraft und deswegen gilt das jetzt abzuwarten. Ob die Bullen es schaffen, jetzt diese Widerstandszone aus dem Weg zu räumen oder ob wir zurückfallen werden. Es ergibt sich für mich hier keine Handlungskonsequenz. Wenn wir auf Silber schauen und bei Silber, lassen Sie uns einmal zunächst auf den Wochenchart schauen, da hat Silber im Vergleich zu Gold diese horizontale Zone schon wieder Bullisch auflösen können. Schauen Sie sich das an. Unterstützung, 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 Unterstützung weggebrochen, hingelaufen, um 10% abverkauft worden. Jetzt haben wir per Wochen Schlusskurs bereits diese horizontale Zone Bullisch aufgelöst. Das heißt Silber aktuell relativ stärker im Vergleich zu Gold. Bedeutet aber auch, dass wir hier im Bereich von 15,40 mit der fallenden 20-Wochen-Linie im Bereich der 15,30 dazu mit dem Tageschart mit dieser Nacken-Linie ebenfalls um die 15,30. Man könnte vielleicht sogar hier eine etwas steiler fallende Linie zeichnen. Das wäre im Bereich von 15,10. Dazu die steigende 20-Tage-Linie ebenfalls aktuell 15,10 weiter steigend. Heißt summa summarum hier haben sich die Silber Bullen eine größere Unterstützung aufgebaut. Ob es jetzt die 15,30 wird oder ob es die 15 Dollar werden wird oder ob sie 15,20 werden wird, das weiß ich nicht. Auf der anderen Seite kämpfen wir hier mit der 200-Tage-Linie. Wir kämpfen hier mit einer fallenden roten Linie. Die war hier Unterstützung, Widerstand, Widerstand, ebenfalls Widerstand, da sind wir gerade dran. So ein bisschen same-same. Für den Fall, dass Silber es schafft, sich hier festzusetzen und den Ausbruch proben kann, dann haben wir das Potenzial für die Bullen in Richtung 16,50, 16,60 zu laufen. Falls der Markt einen größeren Pullback macht, dann ist das ebenfalls wieder eine interessante Unterstützungszone und falls sich hier zum Beispiel über den Stundenchart eine Trendumkehr andeutet, dann hat der Markt auch das Potenzial wieder eine Fortsetzung zu machen. Also ähnlich wie bei Gold, wir sind an einem doppelten Widerstand, haben aber diese horizontale Zone, die Gold noch nicht bullisch überwinden konnte, hinter uns gelassen. Ergibt sich gerade ebenfalls. Auch wenn da Widerstand da ist, ist keine Schwäche da. Und auf der anderen Seite, unmittelbar unterhalb der 200-Tage-Linie, unter dieser feinen roten Linie, sehe ich hier kein Setup, um additiv bullisch in den Markt reinzugehen. Platin hatte ich Ihnen gezeigt und gesagt, wir haben hier eine bullische Keilformation. Ich sehe aber noch keine Bestätigung im Wochenchart. Jetzt ist der Ausbruch gekommen und wir haben auch mittlerweile die Bestätigung über den Wochenchart gesehen. Trendumkehr-Formationen neigen dazu, noch einmal die Ausbruchszone sich zu holen. Bei 950 ist auch noch mal eine horizontale Zone. Ob jetzt Platin wieder hier hinkommen wird oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Tage höhere Hochs. Wir sind noch nicht überkauft. Wir können noch ein bisschen weiterlaufen. Wir haben, was für die Bullen spricht, steigende K, steigende Lehe, steigende Momentum-Linie. Wir können noch ein bisschen weiterlaufen. Allerdings ist es für mich hier auf dem Level nach einer 11% Bewegung innerhalb von 5 Handelstagen nicht interessant, um additiv bullisch in diesen Markt reinzugehen. Falls der aber hier ein Pullback machen sollte und mit dem Wissen, dass diese vermeintliche wichtige 1000 Dollar Marke, schauen Sie sich das mal an, was passiert denn hier? Wir fallen drunter, wir gehen drüber, wir fallen drunter, wir gehen drüber, wir fallen drunter und so weiter und so fort, dass das jetzt nicht so die psychologisch entscheidende Marke ist. Deswegen, aufgrund der Größe des Keils, das hier anfängt, wäre ein Pullback in Richtung 950, falls es das gibt, in Richtung dieser 20-Tage-Linie, die hier Widerstand war, hier Widerstand war, hier einmal Widerstand war, bullisch aufgelöst worden ist und jetzt auch steigen würde. Diese Zone wäre eine interessante Unterstützungszone und dann hätte der Markt das Potenzial, an das letzte wirklich signifikante Hoch, was wir gebildet haben, zu laufen. Das wäre dann auch die Haupttrend begrenzende Linie im Bereich von 1040, also von 950 hätte der Markt das Potenzial in Richtung 1030 bis 1040 zu laufen, allerdings auf müde Bullen möchte ich gerade nicht setzen, die schon eine Weile gelaufen sind, sondern von der Unterstützung und dann auch mit einem passenden Chancen-Risiko-Verhältnis. Gucken wir dann noch einmal kurz auf GDX, also ETF der Goldminenwerte und da möchte ich Ihnen einmal zeigen, Mensch, das was die Bullen machen, ist echt stark. Und auch hier sehe ich keine Schwäche. Also hier konsolidierte, bricht nochmal aus, wunderbar. K und D-Linie werden versuchen, sich umeinander zu umschlingen. Ob es gelingt, müssen wir abwarten. Was macht das Volumen? Das Volumen, ich habe hier irgendwie einen Grafikfehler, ich weiß nicht warum. Wir hatten auch zuletzt Volumen hier in dieser Bewegung auf der bullischen Seite. Sieht im Tagesstand alles gut aus. Wir haben hier so zwei Linien, hier an diesem Hoch sind wir deutlich gescheitert, hier eine horizontale Unterstützung und wir müssen uns bitte darüber im Klaren sein, dass diese horizontale Unterstützung von ganz, ganz, ganz weit weg kommt. Von 2008. Und ich hatte in seiner Zeit gesagt, Mensch, diese Unterstützung hat zu so einer massiven bullischen Bewegung geführt. Also es würde mich wundern, wenn wir sofort durchfallen würden. Wir haben es gehalten, wir haben es gehalten, wir haben es gehalten. Einmal, zweimal, dreimal, beim vierten Mal sind die Bären dann da durchgegangen. Klassisches Muster, wenn es um Unterstützungen geht. Jetzt, trotz des Volumens, was wir sehen, wir laufen in eine Widerstandszone hinein. Ob es jetzt die 1660 ist oder ob es die 1770 ist, Sie werden es wahrscheinlich wissen. Das ist in etwa um eine Kommastelle, in etwa, nicht ganz exakt im Vergleich zum HUI verschoben. Das heißt, wir laufen in eine horizontale Widerstandszone. Wir zeigen keine Schwäche. Jetzt haben wir hier noch eine fallende Linie. Wo kommt die denn eigentlich her? Ach, die ist ja auch nur Widerstand. Hier von 2014, August, Widerstand, Widerstand, potenzieller Widerstand. Gleichzeitig ist das hier eine richtig schöne große Keilformation. Summa summarum, die Bullen laufen in einen Widerstand hinein. Ob die da jetzt so mir nichts, dir nichts einfach durchgehen werden oder nicht? Fraglich. Zumindestens fraglich. Selbst wenn sie sich hier festsetzen, nächster Widerstand, 200-Tage-Linie und so weiter und so fort. Für den Fall, dass der Markt ein Pullback macht, hier an diese Zone in Richtung 1470, also an die Widerstand zurückgekommen, an diese Zone mit der Unterstützung der 20-Tage-Linie, ich sehe im Moment nicht, dass der Markt das macht. Dann ist es auf jeden Fall interessant, wieder hier hoch zu traden und dann zu gucken, geht den Bullen die Kraft aus und dann wird nur mal ausverkauft oder schaffen die Bullen sich hier festzusetzen und dann eine Fortsetzung zu machen. Hier im Bereich des Widerstands, nach meinem Dafürhalten, kein Setup, um etwas additiv auf der bullischen Seite zu traden. Bärisch, ich sehe hier gerade kein Setup für die Bären, ich sehe nur eine breit gefächerte Widerstandszone. Wenn es ein Setup gibt, dann kann man sich darüber Gedanken machen, und man etwas auf der bärischen Seite traden möchte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, wird nachher Silvio für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe, Wochenendeausgabe zu den US-amerikanischen Werten. Natürlich schauen wir am Montag auf die Einzelwerte-Sektion, dann gibt es wieder Montag, nee Montag gibt es dann keine Ausgabe zu den US-amerikanischen Werten, das gab es ja am Wochenende, aber am Abend wird dann Tom wieder für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den Forex-Märkten. Denken Sie daran, es ist wichtig, dass Sie mit einem Stop-Loss arbeiten. Es ist so wichtig, dass Sie nicht sagen, ah, ich weiß noch nicht so genau, wo ich meinen Stop-Loss setzen sollte, dann gucke ich mal, wenn er dann doch nicht steigt, wenn ich so Bulle bin und noch ein bisschen stärker zurückkommt, dann werde ich das schon verkaufen. Was mit Ihnen passieren wird, ist, vielleicht wird der Markt stärker fallen, als Sie gedacht haben, und dann werden sich Ihre Verluste angucken, dann werden Sie sagen, oh, so viel Verlust soll ich realisieren. Nee, das fällt mir ganz schön schwer. Dann wartet man noch, dann fällt der und fällt der und fällt der und anstatt einen kleinen Verlust automatisch mit einem Stop-Loss zu realisieren, wird es möglicherweise wieder eine Depotleiche. Und deswegen traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamid Asnashari und selbstverständlich wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsdatern doch bitte gewogen.